So, da stehen wir jetzt hier oben drauf, müssen hier rüber, da unten ist nämlich ein Ei und dann müssen wir gucken, dass wir da irgendwie hochkommen, weil da hinten ist noch ein Ei, glaube ich, und dann müssen wir weiterschauen, alles klar, schauts Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. Hier ist wieder so ein Viech irgendwo am Krisseln, ich höre es auf jeden Fall, keine Ahnung, wo es ist. Na ja, wir springen erst mal hier runter und gucken zu, dass wir hier landen. Dann das Ei, haben wir, irgendwo höre ich hier nämlich einen so glitzernden Typen irgendwo, aber ich weiß nicht, wo er ist. Egal, wir müssen schauen, dass wir jetzt hier hochkommen, okay, das ist gar nicht mal so einfach. Wir hoffen, dass das so reicht. Okay, hat geklappt. Und dann ist das Ei da hinten, komme ich denn da überhaupt von hier hin? Äh, wohl nicht. Ich dachte. Na, hier ist gar nichts. Dann halt nicht, ne? Und da hinten ist eine Kiste drauf, oder? Also wo dieser Jingle ist, ah, der da hinten ist es wohl, oder? Na, den machen wir jetzt aber nicht. Erstmal wollen wir mal gucken, dass wir hier weiterkommen, oder? Da war noch eine Kiste. Da hinten ist das Ei. Es ist kein Platz im Inventar, na, super. Dann schauen wir mal, dass wir Platz kriegen. Was ist jetzt los? Kälte, ich friere hier oben, okay. Wie kriege ich das denn weg? Lass mal schnell was rausschmeißen. Und dann schnell runterspringen. Da unten ist es bestimmt warm, oder? Will ich hoffen. Auch nicht wirklich, oder? Was ist denn, wenn ich eine Fackel anmache? Hilft das? Sieht wohl so aus, dass es hilft, oder? Okay. Ja, es wird dann sogar wärmer. Das ist eine kalte Nacht, also. Jetzt muss ich nur überlegen, wo, 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 wo musste ich noch hin, ne? Irgendwo war da noch was drauf. Vielen Dank. was Und da ist noch ein Ei, aber wir müssen schon wieder was abschmeißen dafür, ne? Ja, was haben wir denn hier? Kleine Übungsfibel. Muss ich ihm Pahl geben. Hm, der hat jetzt wieder was gegessen, ne? Was schmeiße ich weg? Ach, hier die Fasern. Bestätigen und einnehmen. Also ist schon alles gewählt. Gut, dann haben wir das. Hitze, hier ist jetzt Hitze. Du glaubst es nicht, oder? Wieso ist jetzt Hitze? Kein Mensch versteht's. Im Wasser kann ich mich ja abkühlen, oder? Nö, kein Mensch versteht, was hier so abgeht. Hm. Ja, jetzt sind wir wieder besser unterwegs. Ja, was machen wir jetzt, ist die Frage, ne? Also da sind wir schon mal durch. Dahinter geht's natürlich weiter, gibt's aber auch wieder keinen Weg hin wahrscheinlich. Da hinten gibt's irgendwie eine Statue. Tja, weiß ich auch nicht, wie man da rüberkommt, ne? Ich glaube gar nicht, oder? Das gestaltet sich etwas schwierig alles hier. Ich glaube gar nicht, was hier. Ach, ach... Ach, 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 ach... Ach, ach... . . . . Das war's. Letztens haben wir keine Eier gefunden, aber da liegt da oben wieder eins. Hier muss doch irgendwo der Reisepunkt jetzt sein oder? Und dann noch ein Stück weiter. Wilderer Rocky. Wo ist die Statua? Gut, dann würde ich sagen, geht es erstmal in eine Basis zurück. Sachen ausladen und dann geht es nachher wieder hier hin. Die Eier machen, ne? Und... Oh, ist gar keins drin, haben wir das gar nicht reingesetzt eins. Frohendes Ei nehmen wir jetzt mal. Fünf Minuten, okay. Gut, hier können wir gar nichts aufnehmen, weil wir zu schwer werden. Dann sortieren wir hier mal weg, ne? Äh, Knochen haben wir noch. Leder. Was haben wir denn noch hier für? Nix mehr, oder? Ich weiß nicht. Cool habe ich mal gemacht, aber ich glaube, ich habe es noch nie gebraucht, oder? Den hätte ich wahrscheinlich auch raus machen können und dann ein Ei nehmen können. Gucken wir mal weiter. Das andere... Wolle. Ich schmeiß mal die Medizin hier rein. Ich nehme die Wolle mit. Wir haben noch ein paar Säfte. Sonst noch was. Ich sehe es jetzt nicht. Ne, ich glaube, das ist hier alles. Ja, super. Falsche Taste. Hier ist nichts. Hier kommen die Federn rein. Die, die konnte man nicht stacken, ne? Schlecht. Müssen wir mal gucken, das hier ist Salat, oder was? So. So. So, was haben wir hier noch? Da ist sowieso Weizensaat, die wir letztens weggeschmissen haben. Jetzt gibt es noch einen Angriff. Ich weiß nicht, ob ich da was machen muss. Ich glaube nicht. Munition ist hier. Noch mehr Munition. Noch mehr Munition. Hörner sind auch hier. Die Eier sind erstmal okay. Das haben wir auch noch Schießpulver. Die brauchen wir selber. Die Pfeile brauchen wir auch. Pilze sind hier nicht drin. Die können wir dann braten. Ich glaube, das ist erstmal gut, oder? Okay, komm mal passend. Oh, so groß, ja? Wer ist denn hier noch so? Okay, aber schon erledigt, wa? Oh, wer ist das Palöl viermal? Hat der hier noch irgendwie was? Nö. Kommt keiner mehr, ne? Aber hier war doch mal eine blaue Linie. Ist die jetzt werblich nicht mehr so schön? Okay, der Weizen, der ist fertig. Den kann mal einer ernten, ne? Naja, jetzt fehlt uns irgendwie noch eine Kiste. Ah, wir können mal hier ernten. Ernten ist gut, ne? Erhalten. Warte mal, machen wir nicht das. Machen wir da reingeguckt, weil da könnten, ja die Pilzuppe ist bestimmt besser. 67, 57, 57. Dann machen wir die besser für die. Hier noch was drinnen. Betreide. Käpse, ja. Achso, ne, das können wir dem ins Essen schon mischen. Na, dann machen wir das. Den kriegen sie. Und die Suppe kriegen sie auch. Die Eier haben wir jetzt hier drinnen, auch super. Gut, ich würde aber auch sagen, wir machen erst hier einen Cut. Nächste Folge gucken wir dann weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an und kriegt dann mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.